Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Lied. Heute bietet alle meine Endchen die zweite Version. Die ist ein bisschen aufwendiger, hat auch länger gebraucht zum Dauern, äh zum Bauen. Und ja, jetzt legen wir gleich mal los. So, da hat es jetzt gerade zum Schluss ein bisschen geleckt. Aber ja, das war hier erstmal das letzte Video auf meinem Kanal zu den Notblock-Liedern. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Lieder ich als nächstes machen soll. Aber in nächster Zeit werden erstmal keine Videos kommen, weil ich momentan gerade keine Zeit habe zum Videos aufnehmen. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat. Ich habe kein Programm, wie ich das machen kann. Ich habe zwar den Notblock-Planner oder Notblock-Song-Studio, wo ich das testen kann. Aber ich kann es nicht in Minecraft einfügen. Ich muss das alles mit Hand bauen. Und es ist sehr aufwendig. Ja, es nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch. Und daraufhin habe ich beschlossen, dass ich jetzt erstmal langsam mache. Dass ich die anderen Projekte mache. Und ja, sobald ich weniger Stress in der Schule habe, sobald mal die ganzen Präsentationen hinter mir sind und die anderen Sachen, können wir das mal nochmal ansprechen, das Thema Notblock-Lieder. Ich habe jetzt mal vier drauf. Ich beobachte die auch ein bisschen, wie es mit Klicks und Likes aussieht in den Kommentaren. Das liegt eigentlich auch an euch. Wenn die Videos nicht bei euch gut ankommen, dann werde ich auch keine mehr machen. Dann lasse ich es bei den vier. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.